Seien Sie willkommen zum Kapitel 14 in unserem Kurs Esst Weizen, Trink Milch Der Titel des Kapitels 14, was ja gleichzeitig unser 15. Beitrag ist, lautet Gesundheit fängt im Kopf an Man soll ja keineswegs die Überschrift unseres Kurses Esst Weizen, Trink Milch mit einer Aufforderung verwechseln So ist es nicht gemeint, sondern es geht darum, dass es viele Menschen gibt, die anscheinend Weizen und Milch nicht vertragen und somit meinen, es würde ausreichen, das einfach wegzulassen Das ist aber leider nicht der Fall Denn die Unverträglichkeit von Weizen und Milch ist nur ein Anzeichen meistens die ersten Anzeichen dafür, dass es sich um ein größeres Problem handelt beziehungsweise handeln kann oder es sich darum handelt, dass wir ein größeres Problem entwickeln und nicht nur im Bereich der Verdauung Dort ist zwar die Ursache, aber die Auswirkungen, die dann nach kurzer oder längerer Zeit eintreten sind dann schwerwiegend im Bereich des Nervensystems durch Nervenerkrankungen Ich denke nur an Alzheimer, Demenz und andere Dinge oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen Das wissen wir, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen Todesursache Nummer 1 sind Also es reicht nicht aus, einfach Weizen und Milch wegzulassen sondern wir müssen auf den Grund gehen Das ist das Anliegen dieses Kurses dass Sie Möglichkeiten bekommen zunächst erstmal das Ganze zu verstehen und zweitens dann im Teil 2 hauptsächlich Sie bisher schon bereits gelernt haben mit welchen einfachen Mitteln Sie das Verdauungsfeuer wieder anfachen können ein Reset der Verdauung entfachen können um dann glücklich und mit hoher Qualität leben zu können und sich solche von mir angekündigten schwerwiegender Erkrankungen neurologischer und im Herz-Kreislauf-Bereich Sie dem entgehen können Ja, Kapitel 14 ist gleichzeitig der Beitrag Nummer 15 in unserem Kurs Es ist das letzte Kapitel, also auch der letzte Beitrag und mit Gesundheit fängt im Kopf an möchte ich Ihnen Zusammenhänge zwischen der Psyche und ihrem Wohlbefinden zwischen Verdauung und ihrem Wohlbefinden den Einfluss der Psyche von den Mikroorganismen vom Mikrom auf unsere Psyche und umgekehrt erläutern und der Beitrag ist natürlich auch sofort rezipierbar durch Sie meine Damen und Herren aber ich empfehle Ihnen die zuvor abgebildeten Kapitel 1 bis 13 sich doch noch einmal anzusehen oder vor dem Kapitel 14 anzusehen denn vieles verstehen Sie dann besser wenn Sie bereits diese vorherigen Kapitel vor dem Kapitel 14 rezipiert haben In diesem Kurs ging es bislang überwiegend darum die körperlichen Voraussetzungen einer guten Verdauung zu erklären und wie die Schäden, die die westlichen Standarddiäte also unsere westliche Ernährung mit so vielen verarbeitenden Lebensmitteln anrichtet wie wir das eben wieder heben können Allerdings darf auch die entscheidende Bedeutung mentaler und emotionaler Einflüsse auf Verdauung, Gesamtgesundheit und Glücksempfinden nicht vernachlässigt werden Wir haben eine ganz klare Beeinflussung der emotionalen und mentalen Einflüsse auf Verdauung, Gesamtgesundheit und Glücksempfinden Das dürfen wir nicht vernachlässigen Geist und Körper gehören untrennbar zusammen Eine Vielzahl von Personen kommt auf mich zu weil sie an Glutenintoleranz leiden und das sich mit den Jahren immer mehr verstärkt und nach immer neuen Verzichtsdiäten ist bei diesen Personen kaum noch ein Lebensmittel übrig geblieben dass sie essen können und wenn etwas gefunden würde dann half das überhaupt nicht lange die Wirkung des Verzichts hat nicht lange angehalten Jede Ernährungsplan, jede Diät alle Tabletten, Pulver oder neue Wunderdrogen bringen nur kurzzeitige Erleichterung, wenn überhaupt und das dauerte nur wenige Wochen bis sich das dann weiterhin verschlechtert hat Viele Menschen entwickeln neben einer Gluten-Sensitivität auch noch eine Colitis ulcerosa also manifestierende Erkrankungen Und in den Fällen möchte ich eben diejenigen, denen das auch so geht möchte ich eben sagen dass wie im Kapitel 10 beschrieben Rotulme, Süßholz, Albischwurzel in Kombination mit Amalaki sehr sehr hilfreich sein können Hilfreich deshalb weil damit die Schleimhaut, Darmschleimhaut wieder abheilen kann Ausgang ist für diese Beschwerden oft dass es Konflikte gibt psychische Konflikte nicht genügend Anerkennung zurückzubekommen zum Beispiel von den Eltern von dem Chef in der Firma oder vielleicht vom Lebenspartner auch wenn man nicht körperlich beeinträchtigt wird da kommt es doch zu schmerzhaften Erfahrungen über die Psyche trotz aller Bemühungen nur nie gut genug zu sein und verinnerlicht das und das führt eben zu psychischen Konflikten man kann sagen aus den bloßen Gedanken heraus verspannt sich schon der Bauch und es gibt Krämpfe sprechen wir über die Beziehung zwischen Psyche und Körper wenn wir das Verdauungssystem behandeln müssen wir berücksichtigen dass als erstes Organ der Darm auf emotionalen Stress im Körper reagiert nicht das Gehirn also zunächst steht erstmal der Darm und dann kommt das das Gehirn mentaler und emotionaler Stress kann erhebliche Schäden und Entzündungen der Darmwand verursachen und für das mikrobiologische Milieu das für die Verdauung von Weizen und Milch verantwortlich ist kann das also nach tödlich sein jedenfalls sehr sehr großen Schaden dort anrichten in diesem Milieu Dr. Gersen hat ein Buch der kluge Bauch veröffentlicht und zeigt dass 95% des Serotonins im Körper ebenso wie die meisten Neurotransmitter des Gehirns im Darm gebildet und gespeichert werden also im Darm werden sie gebildet und gespeichert und wenn wir das wissen dann wissen wir auch warum er in seinem Buch den Darm als zweites Gehirn bezeichnet seine Forschung belegten dass wir jeglichen Stress tatsächlich über den Darm verarbeiten die nützlichen Bakterien in der Darmwand spüren die äußeren Stressursachen und senden entsprechende Botschaften über die neu entdeckte Darm-Hirn-Achse ans Gehirn stellen Sie sich vor und ich habe das schon im Vortrag im vergangenen Jahr nein, nein, in diesem Jahr im Symposium ausgiebig dargestellt dass wir das auch physikalisch und biophysikalisch und elektromagnetisch dass wir das messen können dass die nützlichen Bakterien äußeren Stressursachen verarbeiten und damit eine Botschaft an das Gehirn geben was immer der Darm spürt wird schnell an das Gehirn weitergegeben und mit vordergründiger Priorität und innerhalb kürzester Zeit beißt der ganze Körper und ich möchte sagen jede einzelne Zelle des menschlichen Körpers weiß darüber Bescheid wenn diese Botschaften ständig Stress übermitteln werden besonders bei Kindern die Gesundheit der nützlichen Bakterien beeinträchtigt und somit wird auch die Gesundheit des Nervensystems oder die Fähigkeit des Nervensystems wird mit derartem Stress beeinflusst auf lange Sicht kann das zu gravierenden Problemen hinsichtlich der Darmgesundheit und zur Erschöpfung der Nebennieren und des Nervensystems führen führt zu chronischer Müdigkeit führt zu Angstzuständen und Depressionen darüber habe ich umfangreiche Literatur deren Quell ich Ihnen auch gern auf Nachfrage angeben kann die feinen Wahrnehmungen die über die Beziehungen zwischen Darm und Gehirn weitergegeben werden wurden mit den intuitiven Entscheidungsprozessen in Zusammenhang gebracht die die Wissenschaften als Bauchgefühl bestätigt haben Wir haben feine Wahrnehmungen und daraus ergibt sich unsere Intuition und die Entscheidung welche Intuition Wenn die Darmschleimhaut und ihre Mikroorganismen gesund sind kann die Wechselbeziehung zwischen Darm und Gehirn höhere kognitive und Steuerungsfunktionen aktivieren diese werden nach den Erkenntnissen der Forscher nach den aktuellen Erkenntnissen sind diese verantwortlich für unsere Intuition Die höhere intuitive Funktion der Darm-Hirnachse hängt von der Gesundheit des Mikrobioms ab das seinerseits auf die Unversehrtheit der Darmschleimhaut auf die Funktion des oberen Verdauungstraktes und der Lymphgefäße angewiesen ist Diese Lymphgefäße umgeben ja den Darm Optimale Verdauungs- und Darmgesundheit ist nicht nur entscheidend dafür ob wir wieder Weizen essen können Sie ist auch wie sich herausgestellt hat eng mit unseren Emotionen und unseren intuitiven Entscheidungsprozessen verbunden Sprechen wir über Dopamin und unsere belohnungsüchtige Kultur die niemals genug ist die niemals genug sein kann Als Kinder sind wir alle von Geburt an darauf gepolt bei unseren Eltern Anerkennung zu suchen Das sorgt für ein Gefühl der Sicherheit und hat mit dem Überleben der Spezies Mensch zu tun Ohne den intuitiven Wunsch nach Anerkennung durch unsere Eltern und ihrer durchaus folgenden Liebe, Sorge und Schutz hätten wir uns vielleicht in Gefahr gebracht weil wir in den Dschungel gelaufen und von einem Panther attackiert worden wären Das Problem liegt darin dass die meisten von uns diesen Wunsch nach Anerkennung aus der Kindheit ins Erwachsenenleben mitnehmen So ist es bei vielen der Fall und führt dann zu den bekannten Störungen Störungen auch beim Verdauen von Nahrungsmitteln Und leider machen wir uns in den seltensten Fällen von dem Bedürfnis nach emotionaler Anerkennung frei Wir haften also weiterhin daran Dieser Wunsch nach Anerkennung ist unseren Zellen durch ein Belohnungshormon namens Dopamin chemisch eingraviert Jedes Mal wenn Sie Anerkennung erfahren etwas gewinnen gute Noten bekommen sich verlieben etwas erreichen ein Gefällt mir auf der Facebook Seite bekommen Erfolg haben praktisch bei allem was Ihnen gelingt bekommen Sie einen Dopaminstoß Das Problem mit diesem Hormon hoch ist dass es nicht lange einhält Sobald das durch die Belohnung verursachte High nachlässt versuchen wir das instinktive Bedürfnis nach Anerkennung möglichst schnell erneut zu befriedigen und suchen das Gefühl der Befriedigung stattdessen in anderen Stimulantien zum Beispiel im Kaffee Zucker Sex Geld Ruhm oder auch nur dadurch dass wir shoppen gehen und all das regt die Dopaminproduktion an Dopamin treibt uns zu großartigen Leistungen an aber es hat eine finstere Kehrseite es macht ganz schnell süchtig ein zu viel von diesem Lustbelohnungshormon kann zu Maßlosigkeit führen es kann uns zu übermäßigem Essen verführen einer der Hauptursachen von Verdauungsstörungen und Fettleibigkeit das alte Sprichwort wenn ein bisschen gut ist ist mehr besser das trifft auf Dopamin nicht zu entscheidend ist ein gesundes Gleichgewicht zwischen zwei natürlich im Körper vorkommenden Hormonen einmal dem Dopamin und seinem Gegenpol Oxytokin Dopamin und Oxytokin sollten im Gleichgewicht bleiben da sie vielleicht von Oxytokin noch nichts gehört haben oder wenig gehört haben und auch diesen Zusammenhang zum Dopamin nicht kennen sprechen wir nun über Oxytokin das Hormon des Wohlbefindens durch Lieben und Geben das Hormon Oxytokin besteht in der Verbindung zur Gesundheit und langer Lebensdauer und im Gegensatz zu Dopamin dessen Rezeptoren reizresistent werden können und dann nach immer stärkeren Reizen verlangen entwickeln die Oxytokin Rezeptoren keine Resistenz Oxytokin wird gebildet wenn sie anderen geben für sie sorgen sie lieben berühren halten umarmen eine Bindung zu ihnen eingehen und sie hegen und pflegen Oxytokin unterstützt nachweislich die Herzgesundheit Hirnfunktion Verdauungsenergie und vieles mehr je mehr sie geben desto mehr Oxytokin wird gebildet einen Haken gibt es dabei allerdings nur wenn sie geben ohne dafür etwas zu erwarten wird die Freisetzung von Oxytokin ausgelöst es kommt darauf an zwischen diesen beiden Hormonen Dopamin und Oxytokin ein Gleichgewicht herzustellen um das zu erreichen müssen wir mit unserer inneren Wahrheit in Kontakt kommen wie ich in den vergangenen Kapiteln gezeigt habe gibt es viele Belege dafür dass unser Mikrobiom in einem positiven Umfeld gedeihen und in einem negativen oder stressigen degenerieren kann von Herzen zu geben ohne Erwartung irgendeiner Gegenleistung das löst die Freisetzung von Oxytokin aus das eine positive Wirkung auf die Gesundheit Lebensdauer und ihre Gene hat sprechen wir nun darüber das Bewusstsein zu stärken und alte Muster zu überwinden sie haben vielleicht auch die meiste Zeit ihres Lebens damit verbracht Dinge zu tun die ihnen die unerreichbare Anerkennung ihrer Eltern ihres Vaters ihres Chefs ihres Lebenspartners einbringen sollten und diese Lebensgewohnheit musste gebrochen werden das muss unbedingt zu einer Verbesserung des Bewusstseins des eigenen Bewusstseins führen diese neue Bewusstheit und Objektivität müssen wir erkennen und es sollte so sein dass wir uns für den alten Mustern gut lösen können um alte ungesunde Verhaltensweisen zu verändern muss man agieren damit neue Nervenbahnen im Hirn angelegt werden die die Bildung also diese neuen Nervenbahnen unterstützen die Bildung von Oxytokin anstatt von Dopamin also Oxytokin wird gesteigert anstatt von Dopamin wenn diese neuen Nervenbahnen angelegt werden und das passiert erst unter den agierenden Verhaltensweisen jahrelang haben sie vielleicht auf Aktionen ihres Eltern ihres Vaters ihres Chefs ihres Lebenspartners reagiert und Eltern Vater Chef Lebenspartner haben auf sie auch reagiert keiner von beiden war imstande seine wahren Gefühle für den anderen zum Ausdruck zu bringen unsere Psyche ist eine große Kraft letzten Endes werden unsere Gesundheit unser Glück und unsere Verdauung von den Gedanken und Handlungen bestimmt die in unserer Psyche ihren Ausgang nehmen in den ersten sechs Lebensjahren beruhen 95% also fast alles unserer Gedanken und Handlungen auf Eindrücken die wir alle empfangen diese kindlichen Emotionen nehmen wir mit ins Erwachsenenalter und der Stress die Sorgen und Ängste sind wie ein regelrechtes Trommelfeuer für unsere Darmwand und schwächen sie langsam und schwächen langsam aber auch und sicher unsere Verdauung das nennt man unbewusste Verhaltensweisen damit sie uns bewusst werden müssen wir uns erst unserer Psyche und unseres Körpers bewusst werden in diesem Kurs gebe ich Ihnen die Grundlage dafür den Körper und seine Verdauung wieder ins Gleichgewicht zu bringen Ihr nächster Schritt wird sein sich ihrer Psyche und ihrer schützenden Emotionen bewusst zu werden von dieser Ausgangsposition eines starken gesunden Körpers ausgehend können sie dann wieder zu besserer Lebensqualität kommen Wenn wir das Dopamin durch Oxytokin ersetzen und trotzdem ohne die Chemie der Belohnung zufrieden sind werden wir endlich frei sein Ich hoffe Sie sind jetzt bereit Verzichtsdiäten zur Linderung von Symptomen aufzugeben und die Grundursache ihrer Verdauungsstörung zu heilen Eine optimale Verdauung ist Ihr ureigenes Recht und der Schlüssel zu einem langen und gesunden Leben Ich lade Sie ein in diesem Kurs die geschilderten Grundsätze umzusetzen um Ihre Verdauung wieder ins Gleichgewicht zu bringen wieder Brot essen zu können und gesundheitliche Probleme zu vermeiden bevor Sie überhaupt auftreten Guten Appetit